Ah, Kevin! Junge, ey, das ist voll unfair! Ah, Kevin! Hast du mir mal meine Rüstung jetzt geklaut? Ja, Kevin! R-E-W-R-N-S-I-D-D Brrsch, jo, Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einer Runde von LuckyBlock Battle. Guten Tag, weil wir die ärmsten YouTuber der Welt sind und uns überhaupt nicht vorbereitet haben und richtige Missgefühle im Double-Time-Verstörer-Modus sind, haben wir keine Map. Aber, Freunde, wir haben ein neues LuckyBlock-Modpack. Ihr seht's hier, Astra-Lucky-Blöcke. Dark-Side-Lucky-Blöcke und Spyro-Lucky-Blocks. Und mit dabei ist heute der liebe G-Time. Hi! Hallo! Wie gesagt, wir haben leider keine Map, weil wir unendliche Penner sind. Wir werden diese LuckyBlocks jetzt hier auf dieser Standard-Map öffnen und schaff... Ficken! Ficken! Und uns dann gegenseitig danach betteln. Kevin, was hast du da... LOL, als Opfer. Ich hab direkt eine Rüstung rausgekommen. Alles klar. Okay, ich hab eine Space-Potion bekommen, du Opfer. Wow! Schafft her ab! Ja, geil, Lon! Ich mach erst mal alle Astral-Lucky-Blöcke auf. Loh, ich bin... WAAAHH! Kevin! Kevin, fliegende Monsterschwerter! Es wäre ganz nice, wenn ich das nicht weiterhin verfolgen würde. Tatsächlich, das ist... Ein wenig unangenehm. Ich bring mich jetzt einfach um. Da bin ich ja nicht beim End. Das ist wirklich unangenehm. Nice! Alter, nein, ich hab voll die galaktische Rüstung schon. Wir haben auf jeden Fall Keep Inventory True und alles. Also, Leute, hier ist alles auf jeden Fall... Alter, deine Schotten, kommt zu mir rüber, Mann! What? Unlocky Star-Shooter. Luck-100. Richtig geiler Bogen. Da kann man natürlich richtig was Geiles mitmachen. Flameless Mage-Boots. Oh, ja! Ah, bei mir sind jetzt auch diese Waffen! Nicey. Was ist passiert? Ah, Killer-Hasen! 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 Das wird auf jeden Fall ganz witzig, Leute. Wenn ihr, wie gesagt, noch euch ein wenig geduldet, werden wir eine richtig geile Map dafür haben. Kevin ist gerade dran, baut eine, weil Kevin jetzt was zu tun hat. Oh, Fortifying Lucky Spiral Master-Helmet. Richtig nice. Alles klar, ich verpiss mich mal wieder. Das hat nicht so gut geklappt. Boah, guck mal, was ich schon für eine Rüstung habe. Kevin, hier fliegt ein Gruselgeist. So, was haben wir hier? Wir haben hier drinne... Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Loll, guck mal, ich hab jetzt was richtig Lustiges. Warte, warte, warte. Ich bin hier vorne... LOLL, ich... Was? Ich reite auf dem Ender Dragon! Ich reite auf dem Ender Dragon! WTF? Du hast Ender Dragon als Pet bekommen. WTF? WTF? Was? Ja! Ich fick dich! Ich hab gar keine Chance dagegen. Wenn ich jetzt absteige, ist der dann weg? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich bringe dich jetzt einfach damit um. Ah, Kevin! Junge, ey, das ist voll unfair. Ah, Kevin! Hast du über meine Rüstung jetzt geklaut? Ja, Kevin! Okay, ich steig mal ganz kurz von dem ab. Ich glaube, ich kann später noch auf den drauf gehen. Kevin, da wird ich... Der geht die ganze Zeit auf mich! Gut, kann ich jetzt auch nichts gegen tun. Ah, er reift sogar mich an! Kann ich jetzt wieder auf ihn draufsteigen? Alles klar. Geil! Super, Drache! Mhm, richtig nice. Ja, cool, Kevin. Das wird auf jeden Fall witzig. Leute, was haben wir uns hier für ein geiles Mod-Pack rausgesucht? Beziehungsweise für ein geiles Lucky-Lock-Pack? Ähm, quick, find water, okay? Was zum Teufel? Drowning? Ähm... Ja, jetzt sterb ich sowieso. Äh... Was? Ähm... I literally can't see shit. Ah! Enderfotze, verpiss dich! Oh, wexer, wexer, wexer! Wuhu! Was zum Teufel, Alter! Nice, Mann! Okay, okay, schauen wir mal hier. Ne Kiste! Ah, nein! Enderfotze! Ah, Enderfotze! Kevin! Wir müssen diesen... Ey, Kevin, wir müssen erstmal diesen Drachen... Kevin, wir müssen diesen Drachen treffen. Wir müssen diesen Drachen treffen. Ich sterbe wieder, guck mal, was hier drin ist! Ich töte jetzt gegen meinen eigenen Drachen. Ich schieße mit dem Lucky-Bogen auf. Ich hab keinen Pfeil. Okay, wir machen einfach weiter auf, Leute. Oh! Astral Merchant. Ähm, ja. Alles klar. Ich hab keine Lucky-Strawings. Kevin, wir müssen diesen Drachen umbringen. Junge! Ich wär am besten auf ihm sitzen geblieben. Ja, ich hätte am besten auf ihm sitzen bleiben sollen, Alter. Kevin, noch ein Hit, er ist tot. Komm, ich will ihn töten. Ja, nice. Oh, erstmal die ganzen XP-Snacken. Gylon. Gylon, 30 Levels. 43 Levelchen. Ich geh jetzt einfach von der Hälte weg. Wir haben einfach nebenbei mal easy den Ender-Dragon gelegt, Freunde. Gar kein Problem für uns. Okay, komm schon, was ist das? Oh. Oh! Du hast einen Mega-Lucky-Block. Mega-Lucky-Block! Was passiert? Bitte, bitte, bitte. Astral Hero? What the frickin' Banana-Shit! Holy-Craboli-Shit! Macaroni, Alter. Was ist das denn? Ähm, Mate, kann ich mal mit dir traden? Ich hab so einen Astral Hero einfach bekommen. Alles klar. Kevin, bei mir läuft's überhaupt gar nicht gut, Mann. Es ist richtig stressig für mich, Mann. Ich hab die stressigsten... Du kannst von mir aus der dritte Battle starten, wenn du willst. Ja, ich hab noch nicht mal alle Lucky-Blocks geöffnet, Alter. Ich hab noch 32 Blöcke, die ich öffnen muss. So, okay, Leute. Jetzt hier aufmachen. Yeah! Was zum... Ähm... Ich weiß nicht, ob das jetzt gerade gut ist. Keine Ahnung. Ich, äh... Okay. Wo bist du denn? Ich bin in so einer Pyramide auf einmal drin. Äh... Ah, ich seh's da. Du musst da jetzt Lucky-Blöcke drinnen abbauen. Ach, jetzt hab ich den Effekt auch bekommen. Sensenmann! Aber der Sensenmann steht hier an der Wand drin. Er kann mir nichts tun. Mann, hör auf mit dieser Mocke, du Opfer! Das kann doch nicht sein, dass ich so einen scheiß Pesch hab, Alter. Guck dir mal an, was ich hier anrichte, Kevin. Och, dieser... Och, Gott, ist das stressig, Mann. Es ist echt stressig, Leute. Spiral Dungeon? Kevin, soll ich ihn erfen? Ich geh lieber weg. Ich geh lieber weg. Das ist eine Struktur oder so. Ähm... Ich geh mal ganz was runter und schau, was da abgeht. Ich meine... Du hast einfach einen Dungeon bekommen! Oh, ich hör schon da unten irgendwas. Ähm... Leute, ich... Ähm... Das sind richtige Glücksrunden. Alter, überleg mal, du hattest den Ender Dragon vorhin, Junge. Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt auf jeden Fall. Das war richtig OP, als du auf dem geritten bist. Lost Bound? Ja, das ist so eine Münze, wenn du die im Inventar hast, jetzt kannst du höher springen. Nice, hast du die auch? Ne, ich hab ne Rüstung dafür. So you want Exploding TNT? Was? Nein, wollte ich nicht! Alter, ich bin auch gestorben! Ich wollte kein... Oh, Mann, oh. Ach, egal. Ich bringe mich jetzt einfach um. Ich geh jetzt hier runter und dann schau ich einfach mal, was hier drin ist. Wahrscheinlich auch noch scheiße. Eine Kiste mit Diamanten, okay. Und noch mehr Lucky Blocken. Oh, ich habe nur fucking Pash, Kevin. Hast du wenigstens ein geiles OP-Schwert? Ne, ich hab kein geiles bekommen. Echt nicht? Ne, ich hab nur scheiße. Vor allem meine Hose ist jetzt kaputt. Nein, nicht meine Lucky Blocken sprengen! Nein! 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 Ich hab nichts bekommen! Ich kann dir ein Schwert geben. Hier. Das ist das Einzige, was ich noch habe an Waffen. Komm, Wichser, Alter. Fick dich. Loll, meine OP-Rüstung ist auch weg! Ich hab nicht mal meine Rüstung, Kevin! Hier, komm, ich geb dir was. Ja, das passt zu deiner Rüstung. Das liegt im Wasser. Komm, weil ich kann das eh nicht gebrauchen. Dann machen wir hier ein faires Battle. Das ist mega die geile Rüstung. Okay, und lass uns anfangen. Komm, komm her. Wo bist du, wo bist du, wo bist du? Komm her! Komm her, Dickra! Ich schick dich auseinander! Barberhaft, Motherfuck! Nein! Hat das irgendwie Damage gemacht? Alter! Ja, komm, komm, komm! Nice, Junge! OP-Bogen! OP-Bogen, Alter! Hä, macht das überhaupt Damage, Junge? Ja, geht, ne? Boah, Junge, Alter! Friss Kanonenbeile, du Wichser! Komm ran, komm ran, komm ran! Nee, komm, du doch hier rein! Nee, 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 nee! In Scheiß komme ich in den Wald. In Scheiß werde ich in den Wald kommen, Junge. Okay, alles klar, du hast nicht anders gewollt, Kevin. Ich zünde deinen Scheiß Wald an. Junge, wieso kannst du jetzt hier diese Bälle machen, Junge? Du bist ein richtiger Schummler! Du hast dir einfach die Bälle gegeben! Nein, hab ich nicht, ehrlich nicht! WUAH! Das war dumm! Ich bin vor Server gekickt worden. Okay, komm. Junge, du kranker Typ, Alter! Alter! Ey! Du gibst dir die ganze Zeit diese Feuerbälle! Nein, hab ich nicht! Hab ich nicht! Ich hab die aus dem Invertar, really! Ich hab die aus dem Invertar, ich hab die im Lucky Block gezogen! Du hast einen Invertar, eigentlich. Komm her, komm! Trau dich! Ja! Als ob! OP-Bogen-Win! Nice! Als ob ich das noch gewonnen habe, Junge! Ich dachte, ich hatte keine Chance Der OP-Bogen ist richtig geil Nice, Alter Ja, Leute, das war's von der Folge Lucky Block Battle Wenn es euch gefallen lassen, Daumen mal oben da Easy mit gerackt mit dem OP-Bogen, würde ich sagen, mein Freund, ne? Nice, nice, Leute Das war's von dieser Folge Lucky Block Battle Schaut bei ihm vorbei, macht's gut Heute, wie gesagt, kein Nero, damit ich wieder Obenauf bin, quasi, mit der Folge, wie ich vorhin schon gesagt habe Und, ähm, ja Das war's von dieser Folge, lasst einen Daumen nach oben da 20.000 Likes, wir machen noch ein Video Haut rein, bis dann, tschüss Tschüss